Wer bauen möchte, benötigt ein Grundstück, das als Bauland gewidmet ist. Außer es handelt sich um eine Abfallbehandlungsanlage, die gebaut werden soll. Das geht nämlich unter Umständen auch im Grünland. Und genau damit beschäftigen wir uns in der heutigen Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Häuslbauer kennen das Problem, man braucht ein Grundstück, das als Bauland von der jeweiligen Gemeinde gewidmet ist, sonst darf ich dort mein Gebäude nicht errichten. Eine Abfallbehandlungsanlage, die beispielsweise aus Hallen, Bürogebäuden, Zubehör, Lagerplätzen usw. bestehen kann. Alles das sind natürlich Bauwerke im rechtlichen Sinn, benötigt aber unter Umständen keine Baulandwidmung, kann demzufolge auch im Grünland errichtet werden. Warum ist das so? Der Abschnitt 6 des Abfallwirtschaftsgesetzes regelt das abfallrechtliche Anlagenrecht und der Paragraph 38 in diesem Abschnitt 6 des Abfallwirtschaftsgesetzes enthält dazu eine sogenannte Konzentrationsanordnung. Konzentrationsanordnung bedeutet, dass uns das Gesetz selbst vorgibt, wenn man eine Erlaubnis für die Errichtung und den Betrieb einer Abfallbehandlungsanlage erlangen möchte, dann sind nicht nur die Vorschriften des Abfallwirtschaftsrechts anzuwenden, sondern die der anderen Gesetze sind mit anzuwenden. Das bedeutet im konkreten Genehmigungsverfahren werden naturschutzrechtliche, wasserrechtliche, forstrechtliche, eisenbahnrechtliche usw. Genehmigungsvorschriften ebenfalls mit angewandt. Eine kleine Besonderheit gibt es bei den Bauvorschriften, wenn man so möchte. Da steht nämlich im Gesetz drinnen, im Abfallwirtschaftsgesetz, dass nicht alle baurechtlichen Vorschriften mit angewandt werden, sondern nur die bautechnischen. Das heißt, einzuhalten sind Brandschutzvorschriften beispielsweise, aber nicht die rein rechtlichen, nämlich ein Widmungserfordernis oder bestimmte Abstandsregelungen, die einfach nur rechtliche, aber eben keine technischen Kategorien sind. Wenn ich aber die Widmung nicht berücksichtigen muss im Genehmigungsverfahren, dann kann es passieren, dass eine Abfallbehandlungsanlage auch im Grünland errichtet werden kann und darf. Bekanntungsmusik 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 Untertitelung des ZDF, 2020